Heyo, hier ist Ronja und wir kommen zu einem neuen Video. Wenn ihr neu hier seid, abonniert gerne den Kanal, denn es kommen wieder regelmäßige Videos, endlich! Jedenfalls, Punkt, den wir heute machen, wir schauen heute, dass wir einen neuen Roblox-Account erstellen, in dem wir nur die Farbe Gelb benutzen dürfen und ich bin farblich passend gekleidet. Sage ich jetzt, als würde ich nicht gerade mein drittes Video in Folge aufnehmen. Im gleichen Outfit, was immer noch mein Halloween-Kostüm ist. Für dieses Jahr. Ist nicht der Punkt. Ich bin gelb, okay? Das Video geht darum, dass wir was Gelbes machen. Ich bin gelb. Ich glaube, das ist auch das einzige gelbe Kleidungsstück, was ich besitze. Also, wir tun einfach so, als wäre es von Absicht. So, als erstes für einen neuen Roblox-Account müssen wir natürlich erstmal ein neues Konto machen. Ich weiß leider nicht, wie alt die Farbe Gelb ist. Unser Username ist GelbbiGelb. GelbbiGelb. Und unser Passwort ist heimlich. Und wir sind ein Mädchen, denke ich. Ich glaube, GelbbiGelb ist ein Mädchen. So, und möchtest du mein Passwort speichern? Ja, sicherlich. Ich vergesse das Passwort garantiert. Okay. Und wir haben hiermit offiziell den Roblox-Account von, ups, GelbbiGelb. Die leider aber noch ein bisschen nicht GelbbiGelb aussieht, sondern eher BuntidiBunt. Und wir gehen natürlich auch erstmal auf die Hautfarbe, denke ich. Und da fragen wir uns natürlich, ist das hier die richtige Hautfarbe oder ist das hier die richtige Hautfarbe, ha? Ich denke, noch so ein Buttergelb wäre noch schöner. Das Ding ist, ihr müsst bedenken, wir haben ja auch gelbe Sachen. Dann dürfen wir mit dem Hautton natürlich noch nicht direkt so reinknallen. Ich denke, das untere hier ist perfekt für unsere Bedürfnisse. Oh, ich mache als nächstes das gleiche nochmal als Folge, aber in rosa. Es gibt so viel Hübsches in rosa. Das ist darm. Okay, ich darf nicht über Sachen reden, die nicht mit dem Gelb zu tun haben, okay? Gelb. Fokus. Fokussieren. Und nur noch Gelb. Das ist alles Bunt. Wir suchen jetzt nach Dress Yellow. Und dann gucken wir, ob wir hier was finden, okay? Gelbe Haarblume. Die Haarblume ist halt so cute. Die ist gekauft. Okay, jetzt haben wir Accessoires für Haare, die wir noch gar nicht besitzen. Wir müssen hier erstmal ein Outfit, okay? Wir müssen Outfit und Haare zusammensammeln, bevor wir hier weiter Quatsch machen. Ich weiß, es gibt so viel Süßes. Reiß dich zusammen, Ronja. Vielleicht gucken wir erstmal nach einem Rock. Ich denke, das ist okay. Yellow Skirt. Es gibt sehr wenig, was tatsächlich rein gelb ist. Das ist gar nicht so leicht. Oh, das ist süß. Das ist ein gelber Rock. Try on. Okay. Okay, abgemacht. Den kaufen wir. Dann brauchen wir jetzt natürlich ein Oberteil, was auch zu unserem Rock passt. Und ich glaube, das könnte es genau sein. Ich glaube, wir haben hier direkt einen Treffer versenkt. Oh, es gibt so viele süße Sachen mit Weiß. No, ich habe erst gedacht, das... Na gut. Okay. Wir gehen dafür. Das ist hübsch. Wir können es anziehen. Ah, da sieht man den Charakter unten durch. Warte mal. Warte mal. Das wollen wir gerade gar nicht. Das ist nicht, was wir möchten. Oh, warte mal hier. Oh, du bist. Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen ein neutrales T-Shirt, was zu unserem Rock passt. G-Kauft. Im Endeffekt sind blonder Haare gelbe Haare. Es ist halt sehr hellgelb. Aber ich denke, solange wir nicht für so einen rötlichen Ton gehen oder hier für sowas, dann ist das alles fair game. Dann dürfen wir auch blond nehmen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu... Falls ihr das seht. Das hier wäre ein bisschen zu rosé-farben. Aber ansonsten blonder Haare, denke ich, sind fair enough. Puh. Das ist cute. Das ist cute. Aber das ist nicht gelb. Das ist zu rosa. Ah, nein, warum macht ihr mir das nicht in einem gelberen? Das wäre so hübsch. Guck dich das an. No. Guck mal, wie hübsch das ist. Aber es ist nicht gelb. Unser Charakter sieht aber auch eher grünlich aus. Vielleicht müssen wir den Hautton nochmal überarbeiten, to be completely honest with you. Ich würde ehrlich sein, das hier ist das einzige, was gelb ist. Das ist leider der einzige gelbe Pferdeschwanz. Beziehungsweise die einzigen gelben Haare, die ich gefunden habe. Die sind ganz cute. Also klar, ich habe noch kein richtiges Gesicht. Das ist halt einfach ein geflochtener Pferdeschwanz. Aber ich denke, wir können hier auf jeden Fall... Moment, ich mache mal hier den Screen ein bisschen besser. Ich denke, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass das hier gelb ist. Und da muss man hier wirklich nichts sagen. Klar, ich kann für sowas gehen. Aber das sieht halt furchtbar aus. Also wir müssen ja irgendwo noch trotzdem einen hübschen Charakter machen. Von daher... Andererseits... Okay, gebt mir noch fünf Sekunden. Gebt mir noch fünf Sekunden. Ich suche nochmal was. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir geben auf. Aber dafür erfüllen wir wenigstens die Challenge. Wir nehmen hier einfach lange gelbe Haare. Sind sie die schönsten Haare, die es draußen gibt in der Roblox-Welt? Nein. Nein. Okay, wir brauchen jetzt halt noch irgendwelche kurzen Hosen. Ähm, die wir eh unter dem Rock verstecken. Von daher ist es egal. Ich will nur nicht, dass irgendwas vom Körper rausguckt. Okay, was ich hier gefunden habe, ist... Und ich denke, das hier ist ja hellgelb. Das hier ist auch gelb. Ähm, das ist gelb. Der Gürtel ist nicht gelb, aber der Gürtel wäre unter dem Rock versteckt. Man würde nur die Hose unten durchsehen. Ich denke, das ist noch fair enough. Das heißt, wir holen die auch noch. Ich habe zwar keine, äh, Jacken oder Handtaschen oder sonst irgendwas gefunden, aber wir sitzen hier. Heute versammelt. Für Yellow Axolotel Buddy. Ist er nicht cute? Ist er nicht das süßeste kleine Ding, was ihr jemals gesehen habt? Äh, der ist gekauft auf jeden Fall. Ist mir egal, wie der mit meinem Outfit aussieht. Der ist gekauft. Und dann zeige ich euch jetzt den finalen Look und zeige alles an. Okay, das ist es. Hier sitzen wir. Das ist gelb, die gelb. Ähm, ich habe kein Gesicht gefunden, was nicht einfach, äh, nicht, äh, komisch aussieht, weil viele hübsche Gesichter haben halt die normale Hautfarbe als Grundton. Deswegen sieht es nicht so cute aus. Aber ich denke, der hier ist nicht schlecht. Wir haben hier gelbe Haare, eine gelbe kleine Blume im Haar. Das Axolotel ist hundertprozentig das süßeste Vieh, was es gibt auf der Welt. Äh, und dann würde ich sagen, Outfit sehr, sehr nicht schlecht. So, wir sind jetzt hier in dieser wunderhübschen gelben Obby. Ähm, hallo, Isi. Guten Tag, Mrs. Ronja. Hallo. Wir sehen leider, ähm, die Obby hat unsere Röcke nicht geladen. Deswegen sehen wir jetzt hier ein bisschen einfach... Guckst du mir hier gerade auf den Hinter? Nein, das würde ich nie tun. Sehe ich das nicht? Weil meine Haare sind so gut lang genug. Okay, komm, let's go, alles ist gelb. Die verbergen alles. Okay. Wobei, das ist doch orange hier. Das ist doch kein gelb. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es, äh, zählst als dunkelgelb. Ich werde kontaktieren. Okay. Alright, okay. Ich werde die linke weg gehen. Ich gehe rechts lang, du gehst links lang. Wir sehen uns. Der linke war wohl clearly viel schneller. Ach, hi, Ronja, wo kommst du denn her? Von links. Lange nicht gesehen. Wie war dein Jahr bisher so? Mhm, ja, ja, doch super. Auch schön. Ah ja. So. Zack. Jedes Mal sagt er kontaktieren hier. Ich schlag dich hier immer noch in der Obby. Ich sag's dir. Ich bin nur gestiegen. Ich hab heute noch nur zwei Stunden geschlafen. Aber ich mach dich fertig. Ich hab gewartet auf dich aus Höflichkeit. Was ist da? Ich wollte dich halt nicht in Verlegenheit bringen, Izzy. Das ist so. Nein! Ja, genau. Wie bin ich denn hier gestorben? Oh, no. Jetzt frag ich mich halt auch gerade. Wie kommt das zu sein, der? Eigentlich muss man nur geradeaus laufen. Wahrscheinlich ist das zu hoch für mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, die spielt sich von allein, die Obby. Hier, guck mal. Ich mach gar nichts. Freihändig. Freihändig? Ich sehe, wow. Das ist beeindruckend. Das muss ich sagen. Ich bin halt so eine Art Obby-Experte. Ich fahr halt auch sehr selten runter. Du bist ein Obby-Experte? Warum ausgerechnet Gelb? Kannst du mir das mal erklären? Warum hast du Gelb so als die Farbe genommen, die du machen willst? Ich hab mir halt wieder... Ist deine Lieblingsfarbe? Nein, Gelb ist nicht meine Lieblingsfarbe. Aber okay, pass auf. Ich hab dieses Axolotl hier, was ich sausüß finde. Axolotl. Und ich hatte an dem Tag, als ich mich das gefilmt hab, hatte ich so ein gelbes Outfit an, weil ich mein Halloween-Outfit gekriegt hab. Und ich geh als Pikachu. Das hab ich gesehen. Du warst ein Pikachu-Stump. Das ist richtig süß. Das ist voll flauschig, das Kostüm. Ich hab wirklich gar nicht wieder auszunehmen. Ich hab's nur anprobiert. Aber dann war das ein richtig flauschiger Stoff. Das ist so ein bisschen Pyjama-Stoff gewesen. Freik cool. Sehr gemütlich. Was gehst du an Halloween? Ich geh als Maus. Das ist süß. Da brauch ich mich gar nicht verkleiden. You know? Easy. Easy. Oh no. Oh no. Yeah. Ah, ich hab hier nicht kontaktiert. So. Da muss man halt auch nochmal den extra Schritt zurückgehen, um halt auch mal zu kontaktieren. Oh, hier verändert sich die Obby. Ronja, wer ist eigentlich gerade vorne von uns beiden? Ähm, das... Also ganz knapp. Das ist eine gute Frage. Sieht sehr knapp aus. Kopf an Kopf rennen hier. Wenn einer von uns jetzt vorne sein müsste... Ja, das könnte halt jeder sein. Könnte jeder sein. Ja, bam, habt ihr Obby fertig. Bis dann. Was? Wirklich? Nein. Spaß. Okay. Und man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ich bin ein paar Mal gestürzt. Bin bei Stufe 20. Oh, okay. Ich bin bei Stufe 19. Ich bin gar nicht so weit zu hinten. Wie man jetzt hier erstmal annehmen würde. Die Obby ist halt wirklich... Not bad, not bad, not bad. Aber vielleicht liegt es auch einfach dran, dass halt jeder Obby einfach auch sehr leicht ist mittlerweile. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das hier? Bist du gefallen? Oh, ich seh dich, ich seh dich. Oh nein, ich bin da erstmal hin. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich bin gerade von den Ufos gestürzt, ja. Oh, 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 oh. Was? Nein, ich will die Skipskage nicht kaufen. Ich kann das. Ich bin... Oh, ist da jemand gefailed? Me too. Nein. Nein, das finde ich. Nur wenige Male. So drei, vier, fünf. Okay. Das glaube ich ist jetzt gelogen. Nee, nee. Guck mal, hier, ich bin hinter... Hä, da fällt man durch? Yeah. Okay. Aufgepasst. Na gut. So. Wo weit bist du denn? Sieht der hier. Würdest du sagen? So glaube ich. Du bist fertig oder bist du... Ähm. Wahrscheinlich kommst du gleich auch wieder auf Stage 25 dann bald an auch, oder? Ah, ich finde es ein bisschen schwierig hier gerade. Okay. Man hat hier so Türen und du musst gucken, durch welche du gehst, aber ich habe es geschafft. Aber sicherlich würdest du ja deiner guten Freundin auch sagen, was die richtigen Türen sind, nicht wahr? Links, rechts, links. Dankeschön. Wenn es jetzt eine Lüge ist, dann fühle ich mich sehr verraten. Weil ich vertraue dir. Okay. Okay, rechts, links, rechts. Ich vertraue dir. Rechts, links, rechts. Nein. Nein, warte. Ich weiß nicht mehr, aber es war abwechselnd. Du musst... Es war abwechselnd. Ja, ich habe es vergessen. Es war links, rechts, links. Du hast die Wahrheit gesagt am Anfang. Du hast dich... Als ich gesagt habe, ich vertraue dir, hast du gedacht. Okay, weißt du was? Dann reite ich dich rein. Nein. Ist okay. Oh, hier ist ein Entchen. Oh, wie süß. Oh man, da ist jemand fertig mit der Abbi. Bist du wirklich fertig? Aha, yeah. No. Aber ist okay. Ich verstehe, dass man einfach nicht immer der Beste in allem sein kann. Und ich freue mich natürlich für dich, dass du fertig bist. Das muss man ja auch mal sagen. Ach so, wo bist du denn gerade? Ich bin bei 32. Ich muss hier nur noch die Treppe runterrollen. Hi, ja. Ich bin hier. Oh nein, nein, nein. Habe ich kontaktiert? Ja, habe ich. Uh, hier ist ein Swirly Whirly. Und jetzt kann ich meine Farbe ändern. In Blau, Grün. Ich bin über dir. Zuckerwatte oder Schwarz-Weiß. Uh. Hey, wie kannst du fliegen? Hallo? Wie kann ich fliegen? Ich weiß es nicht. Wie kann... Oh, ich kann mich jetzt ganz gelb machen. Guck mal. Bam. Yeah. Das ist nicht schön. Möchtest du dich auch gelb machen? Guck mal. Dann können wir beide gelb sein. Hier ist ein Riesentrampolin, Ronja. Du musst reinkommen. Uh, yeah, yeah, yeah. Warte, warte. Jetzt kommst du dir. Ich mache mich gelb. Wo kann ich mich gelb machen? Bei dem hässlichen Paint Yourself. Paint die gelb. Perfekt. Alright. Jetzt kommst du hier. Ich will hier raushüpfen. Nein. Ich komme nicht auf die Plattform. Okay, das ist jetzt meine neue Herausforderung. Ich will hier auf die Plattform kommen. Dann versuchen wir zu haben. Kommen Sie mal mit. Ich komme mal mit. Oh, oder so. Kommst du mal hier? Du siehst auch hübsch aus mit der gelben Hautfarbe. Dankeschön, Dankeschön. Yeah, let's go. Oh nein, ich fliege hin zu Biss. Alles klar, dann war es uns aber auch schon mit dem gelben, Video hier mit dem wunderbaren gelben Roblox Charakter. Falls ihr eine andere Farbe habt, die ihr gerne sehen möchtet, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten schaut bei der Easy vorbei. Wir nehmen jetzt endlich wieder zusammen auf. Also kommen auf ihrem Kanal und auf meinem Kanal wieder Videos mit uns beiden zusammen. Und yes, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. 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 Töhn. Untertitelung des ZDF, 2020